YouTube Gamescom ruft an! Mein Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Herzlich willkommen zu meinem kleinen Rest in Peace Video. Schau mal, ich bin schon 20 Jahre alt. Oh Gott, ich werd auch schon alt. Was soll's? Ich bin total latsch. Ja, ich habe eine Aktion vorbereitet. Was hat denn der gerade gesagt? Der YouTube Gamescom klingelingling. Der YouTube Gamescom ruft an. Guck mal, was ich hier habe. Ich schreibe jetzt hier eine Gamescom. So. Oder du kannst auch unten in die... Heißt schon. Das heißt YouTube Gamescom. Das ist mein Game Attack auf der PS3. Du kannst mir auf der PS3 deine Handynummer schicken. Nicht von deiner Mama und auch nicht von deinem Papa. Ich interessiere mich gar nicht. Ich will gar nicht wissen, was die... Auf jeden Fall will ich nicht wissen, was dein Papa und deine Mama für eine Handynummer haben. Deine Handynummer wird hier bei mir, wenn du Lust hast, hingeschickt. Und dann rufe ich dich vielleicht einfach so an. Das kommt nicht auf YouTube. Ich will einfach nur mit meinen Abonnenten quatschen. Da geh ich immer in die Telefonselle. Hab ich irgendwo Geld? Naja, da hab ich ja was. Da geh ich hin. Und dann... Zing! Hier haben wir eine Hiervonne-Nummer. Hallo. Hallo. Bist du da? Mui Leute! Hier ist YouTube Gamescom. Wie geht's dir so? Hast ein paar Wagen an mich? Bist du schwul? Nein, will ich nicht. Und ich habe auch nichts gegen Schwule. So, heute mache ich doch mal eine Rest in Peace. Habe ich mir doch mal beschlossen. Und für das Rest in Peace brauchen wir natürlich auch eine Waffe. Oder ein Objekt. Und zwar wird das Rest in Peace heute ein Kugelschreiber sein. Ganz harmlos irgendwie. So. Und jetzt zerstören wir den Kugelschreiber. Alle Rechte von dem Video gehen an den Miki. Ohne Scheiß jetzt. Ohne Scheiß. Das ist ein echtes japanisches Samborei-Sperr. Ich habe jetzt nur vier Minuten Zeit, um aufzunehmen. Weil dann das Video automatisch beendet. Muss ich mich jetzt mal ein bisschen beeilen. What the fuck? 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 Alter, das ist ja zerstört. Nein! Das war mein einzigster Kugelschreiber, der noch funktionierte. Wie ihr seht, hat es ja funktioniert. Und das war es mal wieder bei Wissen vor 8 mit Rangayogishpa. Nee, Spaß. So. Kajoschok liegt auch schon drin. Ich sage auf jeden Fall, ciao liebe Abonnenten. Und ihr wisst ja, Ghost zock ich erstmal nicht mehr. Weil die Hacker mir so richtig das Spiel versauen. Gottmutz in Ghost ist furchtbar. Er hat aber nichts gegen Geld-Glitches oder so in GTA 5 oder Autos modifizieren oder sowas. Aber in Ghost Nein, Digga, da mache ich nicht mit. Da mache ich nicht mit. Da mache ich nicht mit. Ciao.